Hallo liebe Mini-Freunde. Ne, nochmal. Hallo meine lieben Mini-Freunde. Hier ist die Oma von Joey mit Wummel Swag. Joey und ich hatten uns letztens Kinderbilder wieder angeschaut und uns gedacht, stellen wir die doch einmal wieder nach. Und das ist uns auch gelungen. Also würde ich sagen, let's go mit dem Video. Swag. Swag. Oh, es tut voll weh am Arsch mit dem Topf. Oh, ne, ne, oh, oh, mein Arsch. Da will doch niemand mehr draus essen aus dem Topf. Da ist mein Arsch jetzt drin gewesen. Ich muss aufpassen, dass ich mich wirklich kacke. Das ist eine optimale Bedingung mit diesem Riesentopf hier. Du musst näher ran an Emi, erst mal richtig nah ran. Ih, hab ich dir grad den Mund geleckt? Ih, das ist so eklig. Das riecht wie Banane. Soll ich jetzt nochmal bei dir? Wollen wir vielleicht den Tisch wenigstens runterkurbeln, dass das ein bisschen sicherer ist? Lass dich nochmal rumkurbeln. Lass die Scheiße alles wie es ist. Geh nochmal vor die Kamera und sag mal was Oma. Hallo meine lieben kleinen Mini-Freunde. Hier ist die Oma von eurem Chewie. Vor vielen, vielen Jahren lag er auf diesem Fell. Das seht ihr jetzt. Und wir haben das für euch nachgestellt, damit das euch ein bisschen Freude macht. Macht das weg jetzt. Willst du noch irgendwelche abschließenden Worte sagen? Wir sehen uns dann noch einmal. Peace out. Das ist jetzt alles gefilmt. Okay. Hahaha. Gut zu Emi. Ach Mama, du darfst noch nicht reden. Los, schnell nochmal. Das war viel zu weit. Hier musst du stehen bleiben. Dann mach doch mal hier meine Handzeichen, weil die stehen bleiben. Ja. Noch nicht so. Du musst hier an den Rand. An den Rand. Ich flipp gleich aus. Los erstmal. Steht doch mal auf, wenn ich nach hinten schiebe. Oh Mann. Hier ist kalt. Hier ist Schwein. Oh ihr. Ich mach nicht mehr mit. Mir ist zu kalt jetzt. Ja, mir auch. Das macht mir richtig Spaß. Ich muss jetzt auf die draufliegen Oma, gell? Wie im Auto. Nenn ich jetzt an. Genau so, siehste. Komm her, mein Schatzi. Aber warte, 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 warte. Du musst jetzt mit dem Arm hier mich so halten. Warte mal, ich muss mal den Bruststück wegrutschen. Die drückt's weg. Warte mal. Geht's noch, Oma? Okay, warte. Jetzt schnell. Eins, zwei, drei. Hab ich deine Beine gebrochen? Nee, sie ging. Die Brust war brett. Das war wie bei der Mammographie. Boah. Ein Schwein. Emi, lass mal ein Selfie mit meinem neuen Handy machen, okay? Boah, nee. Komm schon bitte. Guck mal Oma, was für ne schöne Box. Und die ist so wunderschön, so schön blau. Ja. Herrlich. Was machst du denn? Mama, du hast den Mund noch auf, du musst so rum. Wieso sollte ich damals so blöd am Tisch gesessen? Ja, deswegen hab ich das Bild noch ausgewählt, weil es so blöd aussieht. Okay, wir haben's. Klatsch ein. Endlich. Okay. Hallo mein Kind, ich bin jetzt Haarenarzt für heute. Machen Sie doch mal ganz weit den Mund auf. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Ich hab grad seinen Atem eingeatmet. Das sieht doch bestimmt voll fett aus, so in der Haltung, oder? Pst, pst. Du guckst anders. Wieso, Alter, gehen wir aus? K 갈 hohen, oder? Ja, das spiel. Ich kann mal durch die ... Du sagst, das so Minus, oder? Wir gehen mal durch die Kessel. Ja, wir gehen mal durch. Mein Schatz. Pst, 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 pst. Waschlappen ist so eklig. Warum benutzen manche Menschen Waschlappen? Das ist so, oh, da fühle ich mich direkt wie eine Oma. Also ich finde, ich habe mich ja schon ziemlich cool angezogen, aber wie sehe ich eigentlich im Gesicht aus? Oh, 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 oh. Stopp, 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 ich finde das reicht langsam mit peinlichen Fotos. Zumindest für heute. Hm. Leute, findet ihr meine Oma auch so cool? Dann gebt dem Video doch mal einen fetten Daumen nach oben. Swag. Wenn ihr meine Videos cool findet, dann vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, das könnt ihr hier unten tun und gleichzeitig auf die Glocke drücken, dann seid ihr immer perfekt informiert. Swag. Leute, ihr könnt euch auf was freuen, denn jetzt kommen wieder regelmäßig Videos und damit würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder.